ARD Text im Auftrag von Funk Die Mutterschnallen sind heute noch da. Ich bin nervös, wenn ich nicht mehr weiß. Manchmal kannst du schon seltsame Dinge filmen. Ich bin nervös, ich bin nervös. 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 Ich bin nervös und ein Zeug. Ich bin nervös. Das ist schon ganz schön. Das ist immer die Geisterausdürrung. Willst du schon aufgehen? Ja, wir freuen uns. Ich denke, es ist wirklich eine 2.0. Das war jetzt erst eine 3.0. Ja, eine 2.0. Echt jetzt? Eines von der Firmverleihwänge. So abgefälscht. Ach, stimmt. Ja, genau. Das war Graf. Das war ein Polzhaus. Die 5.0. Ja, genau. Naja, das hätte ich auch gesagt, wenn ich das eigentlich hätte. Und schmeckt dabei. Das ist schön. Jetzt müssen wir wieder aufliegen. Oh, jetzt fällt ein Schuss wieder zusammen. Ja. Das ist eine gescheite Wicht. Nein, das ist gut. Ich kann es nicht bis zum Geschmack. Chao? Es ist auch schon. Unschheil. Unschheil. Einmal. 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 Haben Sie auch den Autobus verpasst? Blöde Sache. Ich bin nicht eingestellt auf Ausschmückungen, ich schätze mehr Erkenntnis. Oh, ich schätze noch ein Klau. Ja. Klau mal wieder. Ja, ich sehe. 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 Schade. 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 Das ist so viel Hocken hingemacht oder nicht? Ich kann es nicht. Das ist die Scheiße. Ich weiß nicht, dass wir hier. Schade. Mal schauen, dass wir hier hängern bleiben. Kunde noch nicht. Das ist dann in Friekenfelden auch schon mal gespielt, am Göst. Könntest du mal zum Weihnachts-Dombola machen, spielst du? Dort sind wir rein. Von da, wo wir da aufgehen, sind wir da noch zum Göst nach Friekenfels. Der hat halt ein alter Ulrich, aber ein sauschnell ist der. Hohlstange. Na, ist ja eine Hohlstange. Ein wenig glatt, noch glattere wie der. Und halt sauschnell. Der hat dann die Oval. Die komischen, chronischen Gerüfte. Weil die 5 Ecken. Ja. Weil die 5 Ecken. Ah, ok. Da musst du dann schauen. Ja. Da musst du dann schauen. Ja. Die sind eigentlich ganz gut. Ja. Ich mach's halt eben auch. Das kann rufen. Das ist halt wuchtiger. Das ist halt leicht gängiger. Und wegen der Abstände. Wegen der Schwung. Und, dass die Abstände halt keinen. Ja. Ja. Das ist halt so ein Mittelding aus. Was man sieht, drei verschiedene Fabrikate. Die haben jetzt so zusammenbaut. Aber das Beste daraus gemacht eigentlich. Aber das Beste ist ja auch nicht. Aber das Beste ist ja so. Danke. Und deshalb dug raus. Das Beste ist ja so. Ja. Von der Beste ist ja so. Und weil ich gerade da. Und man hat das Beste. Und dann ist das Beste. Und dann war das Beste. Viet es ja so. Was soll dieser. Blödsinn. Ah, ok. Aber jetzt, Strobi, machen wir etwas. Ah, fern dich, oder? Ja, das macht doch nicht viel gefehlt. Gute Reaktion! 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 Gute Reaktion!